So, gleich vieler Land hier, ey. Ah, einer war ein paar mit drauf, ne? Ich schreibe wieder rechts rum. Ja. Vorher. Ich links. Oh, da muss ich rein, zwei, drei, ein bisschen weg. Ja, rennen ein bisschen geradeaus dann. Also in Richtung Südwest oder sowas dann. Ist das nur eine Insel oder geht's da vorne auch weiter? Insel. 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 Es ist eine Insel. Ich komme zu dir. Du stehst besser. Ja. Wollen wir denn einen kürzeren Weg nehmen zur Landmasse oder? Ja. Oh, hm. Wollen sie ziemlich. Dann könnte man hier noch ein bisschen weiter weg ziehen, eben dementsprechend hat man ein bisschen kürzeren Weg. Ja. Guck mal. Guck mal. Guck mal hin, komm zu dir. Ich renne schon ein bisschen weiter nach rechts eben, weil der Weg ein bisschen kürzer ist. Oh, ja. Da hinten. Das ist doch mal relativ kurz denn. Da rach das doch relativ weit rein. Ja. Weil das bloß nicht zum Toten gejubiert. Ne, das ist auf der linken Seite. Das ist. Ja. Ja, aber da sehe ich schon das andere Ufer eben. Mit Bäumen und hast du nicht gesehen. Weißt du. Ich warte mal auf dich hier. Jo. Wo bleibst du denn? Ach, da bist du. Ja. Wo kommst du denn? Ja, zum hier. Du willst ja noch eine Abreibung haben oder was hier. Sonnenbruder. Wer? Achso, ja. Oh nein. Du willst uns hier doch verarschen oder was? Ja, da wollen wir rüber ja. Ja, da wollen wir rüber und da ist auch der Dings dann nachher im grünen schon drin. Ist das denn ein Fuchs oder ein? Ne, ein Hase. Der Hase kann übers Wasser hoppeln. Aber wenn wir tot machen, eben dementsprechend, dann fällt er runter. Dann machen wir links hoch. Ja, weil das sieht relativ steig aus da. Und weg ist er. Und er sinkt zu Boden. Hehehe. Kannst ja mal nachtauchen. Hehehe. Kannst ja mal nachtauchen. wenn wir hier auf immer kalt. 5 Grad. Aber das warst ja hier unterschiedlich. Jetzt geht's wieder nach oben. Ja. Eine kalte Strömung. Ja komm. Nur schnell gucken was oben drin ist. Ja klar. Hier ist ein Huhn. Hast du Platz oder? Federn ja. Also für Federn und für Fleisch. Ja. Gut. Gucken wir direkt neben dem Dings hier. Hm. Auf der linken Seite kommt ein Kriecher. Aber der ist noch weit weg. Können wir auch gehen. Du hattest ja Quality Joe schon auf 3 war. Ja. Ja guck du. Wann denn? Und? Also Kettensäge kann ich lernen? Kannst du machen ja. Ne das kannst du lernen. Das ist wie Opa's frühes dabei. Ja das musst du aber aufnehmen. Weil ansonsten ist es weg. Du lernst Rocket Launcher und SMG. Du kannst es doch hin und her packen. Wo ist das denn jetzt? Ja. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte habe ich hier. Rocket Launcher habe ich. Ried. S G. Herr S M G habe ich auch. Jut. Der Rest war das System. Warte. Warte. Deswegen habe ich doch gesagt denn ist es weg. Wenn du. aber habe ich gelernt smg und rocket launcher also zurück da sind wir ja schon relativ in der nähe in der nähe immer den weißen punkt vor ihnen sie schon unseren see auch von hier oben hat man ja auch mal ja 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 Hier sind Bäume, die ich hier pflanze habe, versperrmiert sich deswegen unsere Basis nicht umsonst. Ein paar sind schon groß hier geworden. Naja, kein groß. Ne, hier auf der linken Seite oder hinten da. Na komm her. Und was machen die Pflänze? Die können schon wieder erntet werden. Außer die Pilze nicht. Warum wachsen die scheiß Pilze nicht? Du musst die doch unter Erde machen. Ne, ich hab die ja schon mal angepflanzt. Komisch. Oder die brauchen einfach extrem lange danach. Kann natürlich auch so. So, jetzt hier erstmal alles auspacken. Reifen, äh, Batterie, äh, Motoren. Noch eine Batterie. Werkbank werde ich mal gleich aufbauen. Ähm. 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 Wurde ich erstmal einschmeißen. Ähm. Wurde ich erstmal einschmeißen. Ich kann ja. Ähm. French. French. Da mit hin. Ähm. 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 Achso. Achso. Du kommst da noch mit hin hier. Äh. Äh. Glas. Glas. Glas hat man in der Mitte drin aber. Ja. So. Fliegen. Ähm. Was hab ich noch hier? Ein Bier hab ich noch hier. Ähm. Ähm. Da müssen wir auch mal so langsam Waffenkissen bauen, äh. Ähm. Wo bauen wir denn mal die Werkbanken, ähm. Schau mal, da. Ich hab mal halt die Dusche entfernt ja. Nein, jetzt sinkt du. Äh. Ähm. Äh. 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 so hatte ich schon ein ding seeland gehabt ja aber stil wirkt menschen ich auch ach so da kann man ja item a und item b können wir dann was besseres daraus bauen und so weiter ist hier machte ich meine so ganz rein was macht man stil aus welchen komponenten was machst du stahl aus welchen komponenten hoch aus dem iron ja klar iron und clay ist bloß dass es lernen musste ach jetzt habe ich schon wieder kein zähler da muss ich noch mal raus gehen wird uns noch mal ein paar pfeile kräften ach so dann kann ich gleich oben noch das alles ansehen aber dass das so schnell über nacht wachsen tut er was ist das besondere du kannst was reinschmeißen im themen spänt und dann tut er das durch kraften du kannst stahlsachen machen du kannst iron closes machen du kannst verschiedene sachen die du nur in der workbench machen kannst du kannst zum beispiel nur in der werkbank herstellen das sind verschiedene sachen die man eben dementsprechend nur dort herstellen zum beispiel kann ich Dünger können wir zum beispiel in der werkbank herstellen siehst du mal bevor ich hier oben anfange neu zu sehen eben ach so du bist noch drinnen fertig gerückt war ich vermüde ähhhhh felle seile ach so ne kann ich nicht hehehe na das ist doch mal ne in der werkbank kann ich das nicht herstellen das kann ich bloß ja in der chemiestation im zementmischer und im feuer gut den nicht im feuer brauchen wir den kacke haben wir genügend kacke Jürgen in dem eigenen Ort haben wir die ganze kacke wie du das ja ganz genau so also kann ich doch hier alles ab ernten und wieder neu sehen ähhhhh rezepte machen wir erstmal eine verdoppelung daraus hier so 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 das habe ich übrig das habe ich übrig das habe ich übrig ähm mais ähh bbbb kämmer rezepte 25 noch mitmachen und 3 47 oh so so so